Samstag geht's los in Lippstadt. Und jetzt habe ich noch eine Nachricht, die uns alle hier im ZDF unglaublich traurig stimmt. Jana Thiel, unsere überaus liebenswerte Kollegin, ist nach schwerer Krankheit vergangene Nacht leider gestorben. Susanne Simon erinnert. Der Sport kurz vor 8 mit Volleyball, Tennis und Eiskunstlauf. Der Boxkampf des Jahres ist perfekt. Mit Tee in der Hand, mit toller Luft hier oben. Ein herzliches Willkommen in Gröden zum Alpinen Ski-Weltcup. Moderieren war ihre Leidenschaft. Von 2000 an im ZDF-Morgenmagazin, später in der Sportredaktion. Jana Thiel stets kompetent, ob im Studio oder bei Außenübertragungen als charmante Interviewerin von Stargästen. Hier ist Sir Roger Moore mit seiner Frau zusammen. Herzlich willkommen. Bei den Olympischen Spielen in London und als das ZDF-Gesicht der Paralympics. Nominiert wurde sie für den Deutschen Fernsehpreis für ihre Hintergrundberichterstattung von der Tour de France 2003. Noch im Mai stand sie im Fernsehstudio. Heute hat Jana Thiel ihren Kampf gegen die schwere Krankheit im Alter von nur 44 Jahren verloren. Wir haben sie dabei begleitet. Es gab viele Tränen heute. Jana bleibt hier immer in unseren Herzen. Jana, du fehlst uns sehr. Nicht nur hier an diesem großen Tisch, an deinem Platz. Hier. Mach weiter, würde sie jetzt sagen, in ihrer typischen Art. Wünsche den Zuschauern einen guten Abend. Das tun wir jetzt. Bis morgen. Bis morgen.